Machiavellis Buch, Der Fürst. Diese Stelle lässt meinen Dickdarm explodieren. Weil zu den oberen Schwierigkeiten des Volkes wankelhafte Natur kommt, dass man zwar leicht so etwas überedert, aber bei einer Überzeugung mit Mühe nur erhalten kann. Darum muss man so eingerichtet sein, dass, wenn sie nicht mehr glauben wollen, man mit Gewalt sie kann glauben machen. Man muss Gewalt sie kann glauben machen. Untertitelung des ZDF, 2020